Nachholtermin zum 10. Spieltag in der Regionalliga West. Nach dem ausgefallenen Heimspiel gegen den SV Strahlen mussten unsere Jungs nun bei der Zweitvertretung der Gladbacher Borussia antreten. Der ursprüngliche Termin war seinerzeit wegen einer Corona-Erkrankung in den Reihen der Borussen abgesagt worden und so wurde die Partie nun unterflutlich nachgeholt. Die Gladbacher zogen sich weite Teile der ersten Halbzeit zurück und so war es Felix Herzenbruch, der nach 20 Minuten die erste nennenswerte Aktion des Spiels hatte. RWE bestimmte das Geschehen aber nach Belieben. Kehl Gomez mit dem Pass auf Kevkir. Dessen Hereingabe wird von Endres verlängert und Kehl Gomez ist wohl überrascht, wie frei er da vor dem Kasten steht. Die Rotweißen erarbeiteten sich Chance um Chance. Harenbrock, er läuft hier den Ball. Pass auf Engelmann, aber auch der verzieht. Die Gastgeber sollten erst nach gut 35 Minuten den ersten Abschluss haben. Grote wird unter Druck gesetzt, verliert die Kugel und Lockel zieht aus 20 Metern einfach mal ab. Der Ball senkt sich aber über den Kasten von Navari. Dann wieder unsere Jungs. Grote hat das Auge für Plechati auf dem Flügel. Pass auf den Elfmeterpunkt. Harenbrock in die Arme von Olschowski. Und unsere Jungs blieben weiter am Ball. Hahn auf Herzenbruch, der den Vorzug vor Kevin Grund bekommen hatte. Dessen Flanke landet auf dem Kopf von Engelmann und wieder knapp vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause. Plechati dribbelt sich hier durch. Der Ball zunächst abgefangen landet dann bei Endres. Und über Umwege landet die Kugel auf dem Schlappen von Dennis Grote. Da fehlte nicht viel zur Führung. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Grote, der am schnellsten schaltet und mit diesem tollen Pass Simon Engelmann in Richtung Gladbacher Kasten schickt. Der Ball wird aber noch abgefälscht. Es bleibt beim 0 zu 0. Die darauf folgende Ecke. Kevkir mit einer flachen Variante an den 16er. Herzenbruch. Und da ist Kiel Gomez. Erneuter Eckball. Wieder Kevkir. Diesmal auf den Kopf von Hahn. Und Olschowski muss sich ganz lang machen. Die Kiste schien wie vernagelt. Toller Kopfball auf den Winkel. Der Gladbacher Keeper ist aber auf den Posten und kann erneut den Rückstand für seine Mannschaft verhindern. Weiterhin überließen die Gladbacher unserer Mannschaft das Spiel. Kevkir. Olschowski ist zur Stelle. Der Ball wäre aber wohl am Tor vorbeigegangen. Vielleicht ein Standard. Hahn und Kiel Gomez. Der Kapitän schießt selbst. Deutlich übers Tor. Eine gute Stunde war nun absolviert. Davari hatte bis dahin quasi nichts zu tun. Der versuchte sich mal als Vorbereiter für Harenbrock. Es sollte einfach nicht sein. Die Führung natürlich längst überfällig. RWE rannte aber so langsam die Zeit davon. Kiel Gomez mit dem Pass auf Endres. Gladbach kriegt die Kugel nicht richtig raus. Rote. Plechati. Plechati sieht die Lücke und trifft zum hochverdienten 1 zu 0. Die 72. Spielminute. Sandro Plechati mit viel Zeit unter Übersicht für einen präzisen Abschluss. Wir springen in die Nachspielzeit. Plazek kommt für Endres in die Partie. Es gibt noch mal Freistoß für die Borussia. Lang geschlagener Freistoß ins Zentrum. Zunächst geklärt. Und dann wirft sich Plazek in den Schuss. Bekommt den Ball an die Hand. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Denkbar knapp an der Strafraumgrenze. Der Freistoß. Eine Sache für Quisera. Durch die Mauer. Davari mit der Glanztat. Grote kann klären. Und dann geht es ganz schnell. Konter. RWE. Plechati bleibt am Ball. Hat viel Platz und sieht den mitgelaufenen Young. Isaiah Young mit seinem ersten Treffer für Rot-Weiß. Ein ganz wichtiges Tor. Denn damit war die Partie natürlich entschieden. Rot-Weiß Essen gewinnt mit 2 zu 0 bei Borussia Mönchengladbach. Durch Treffer von Plechati und Young. Und erobert damit die Tabellenführung zurück. Am kommenden Samstag ist unsere Mannschaft zu Gast beim VfB Homburg. Bis dahin nur der RW.